Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einem neuen Kapitänskillungsvideo. Heute haben wir hier den russischen Zerstörerkapitän Sergio Splendento am Start mit der Basisfähigkeit Fester Griff. Erhöht die Drehgeschwindigkeit der Hauptbatterien ihres Zerstörers. Und dieser Kapitän ist relativ gut geeignet für Kapitänskillungen, wo ihr wirklich bei den russischen Zerstörern versucht auf die Hauptbatterie zu gehen. Und das Ganze werde ich jetzt hier auch versuchen mal ein bisschen umzusetzen. Dementsprechend habe ich auch so meine Skills verteilt, dass wir wirklich dort versuchen die Hauptbatterie zu buffen und wirklich mehr oder weniger so einen russischen Zerstörer-Kite-Bild zu spielen. Das ist auf jeden Fall die Idee hier hinter. Man kann natürlich auch das Ganze hier auf Tarnung skillen. Da muss man in der zweiten Reihe einfach prüfender Blick nehmen und die Tarnung-Inspiration. Aber das hier ist jetzt hier mal eine Skillung, die auf die Hauptbatterie und Reichweite ausgelegt ist. Aber fangen wir doch mal an. Die Basisfähigkeit ist natürlich super. Die russischen Zerstörer haben nicht die beste Drehgeschwindigkeit der Hauptbatterie. Und da nehmen wir natürlich gerne die verbesserte Drehgeschwindigkeit mit, die wir hier bekommen. Das ist nie verkehrt. In der ersten Reihe haben wir einmal Kontakt steht unmittelbar bevor, erhöht die Geschwindigkeit der Torpedos. Was ganz nett ist, aber wir wollen doch hier wie gesagt eine Hauptbatterie-Skillung machen. Dort schauen wir uns mal die Alternative an. Dort haben wir schnelle Lösungen verbessert. Die Modulverteidigung gegen Schäden durch Sprengranaten erhält die Funktionsfähigkeit von Steuergetriebe und Motormodulen. Auch nach einem kritischen Schaden. Das ist natürlich richtig geil. Also hier kann man natürlich, selbst wenn man unter Beschuss ist und das wird man mit dieser Art von Skillung öfter sein, einfach effektiv weiter das Steuergetriebe und die Motormodule nutzen. Weiter geht's mit der zweiten Reihe. Dort haben wir prüfender Blick verbessert. Die Tarnung des Schiffes, was natürlich, wenn man mit einer Tarnungsskillung unterwegs ist, natürlich nie verkehrt ist. Würde ich auch an der Stelle hier denn nutzen. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt hier auf die Hauptbatterie gehen. Dort schauen wir uns mal die Alternativen an. Und zwar haben wir hier den Tempomacher. Erhöht die Höchstgeschwindigkeit ihres Zerstörers auf Kosten einer Verlängerung der Ruderstellzeit. Ist natürlich ein bisschen schade, dass wir ein bisschen verschlechterte Ruderstellzeit hier haben. Aber mehr Höchstgeschwindigkeit hilft uns halt auch dabei, besser auszuweichen und einfach schwieriger für Feinde zu treffen. Zu sein, was nie verkehrt ist. Alternativ würde es noch geben, aufs ganze gehen. Beringert die Erkennbarkeit ihres Schiffes, während Motorboost aktiv ist. Erhöht aber dessen Ladezeit. Ist auch ganz nett. Aber meiner Meinung nach auch eher für eine Tarnungsskillung geeignet. Daher bleiben wir hier beim Tempomacher. Weiter geht's mit der dritten Reihe. Dort haben wir wieder vorrätig. Beringert die Ladezeit der Torpedowerfer. Was natürlich ganz nett ist, aber auch eher für eine Tarnungstorpedoskillung gut geeignet. Aber wir haben nochmal zwei gute Alternativen für die Hopp-Batterie-Skillung. Und zwar einmal die Glaskanone. Verbessert die Gruppierung der Hopp-Batterie-Granaten ihres Zerstörers. Und verringert die Streuung für jeden Schüsstyp. Aber reduziert deren maximalen Trefferpunkte. Klingt erstmal ganz gut für eine Hopp-Batterie-Skillung. Aber wenn wir jetzt hier wirklich sagen, wir wollen wirklich versuchen ein paar Brände zu machen. Auf maximaler Distanz zu bleiben. Ist es halt manchmal gar nicht so gut, die beste Genauigkeit zu haben. Weil man halt immer den gleichen Punkt vom Schiff trifft. Und so, wenn man den Skill nicht hat, hat man vielleicht schlechtere Streuungen. Und trifft dann zwei verschiedene Abteilungen von einem Schiff. Wo man vielleicht zwei Brände machen kann. Nur so als Hintergedanke. Und man möchte natürlich auch keine Trefferpunkte ungern hier verlieren. Weil wir ja bei dieser Skillung mit der Hopp-Batterie halt relativ viel offen sind. Und wenn die Trefferpunkte runter sind, dann sind sie runter. Das ist halt schon ein Problem. Daher habe ich mich jetzt hier auch für die dritte Alternative entschieden. Und zwar bestehen oder untergehen. Verringert die Ladezeit der gesamten Bewaffnung, wenn das Schiff Schaden erlitten hat. Das ist natürlich ein gutes Mittel auf jeden Fall. Wenn ihr auf jeden Fall Schaden kassiert, ein bisschen von eurem Leben. Dann macht ihr gleichzeitig eure Ladezeit von der Hopp-Batterie und den Torpedos besser. Was natürlich ziemlich geil ist. So, weiter geht's mit der vierten Reihe. Dort haben wir Nebel über dem Wasser, erhöht die Wirkungsdauer des Nebelerzeugers und die Dauer der Nebelwand. Ist natürlich auch ganz nett hier auf jeden Fall. Allerdings würde ich schon fast sagen, wir haben hier auf jeden Fall noch bessere Alternativen. Und zwar haben wir hier Ausweichmanöver. Erhöht die Reichweite der Zerstörer-Hop-Batterie. Und die eingehenden Granatenstreuungen für jeden Schiffstyp. Aber auch die Ruderstellzeit. So, hier ist es jetzt nochmal so eine Sache. Wir haben noch einen Skill, der die Ruderstellzeit verschlechtert. Da kann es natürlich schon wirklich so sein, dass die Schiffe dann oder ja doch relativ träge werden. Und dann, wenn ihr merkt, dass euch das zu träge wird, dann würde ich euch empfehlen, einen von beiden Skills dort nochmal wieder auszuwechseln. Ich würde wahrscheinlich dann eher den Tempomacher auswechseln und dann eins von den beiden nehmen. Um einfach hier dennoch die Reichweite zu kriegen. Weil Reichweite ist natürlich wichtig, wenn man mit den Hop-Batterie, mit den Zerstörern unterwegs ist. Um einfach mehr Distanz zum Gegner zu haben. Um dort einfach weniger Schaden zu kassieren. Und das ist natürlich ein super Skill, den ich jetzt hier auf jeden Fall auch nehmen würde. Und als drittes hätten wir jetzt hier nochmal einen einzigartigen Skill für diesen Kapitän. Und zwar Eisenbeschlag. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Motor und das Steuergetriebe außer Getrieb gesetzt werden, wird erheblich verringert. Das ist natürlich auch ein starker Skill auf jeden Fall. Gerade wenn man diesen Kapitän auf den hohen Stufen hat. Ich vermute mal auf Meisterschaftslevel 4 von 4 bekommt man natürlich hier 80%. Dann kann man vielleicht überlegen, sich den Skill hier vorne zu sparen und dann auf die Torpedos noch zu gehen. Allerdings lohnt sich da ja meiner Meinung nach nur, wenn man den Kapitän hier wirklich auf Stufe 16 legendär 4 hat, um die 80% rauszukitzeln. Alternativ würde ich entweder in der ersten Reihe schnelle Lösungen nehmen oder als legendären Rang unaufhaltsam. Und dort kommen wir jetzt auch nochmal zu den legendären Rängen. Dort haben wir einfach mal unaufhaltsam. Motorreparaturzeit wird verringert. Bei beschädigten Motor bleibt ein Teil der Bewegungsfähigkeit erhalten. Das ist natürlich auch immer ein stärker Skill. Aber den brauchen wir nicht unbedingt, weil wir hier oben einfach schnelle Lösungen haben. Dadurch habe ich mich jetzt hier für die Alternative entschieden. Und zwar die Zündelei erhöht die Brandwahrscheinlichkeit der HL-Granaten ihres Zerstörers. Das verringert aber gleichzeitig ihren Aufprallschaden. Das ist natürlich auch ein Skill, der wirklich super ist. Der euch hilft dabei, mehr Brände zu machen. Aber auch bei diesem Skill ist es halt der Fall, um hier wirklich den maximalen Vorteil zu kriegen, ist es halt auch sehr, sehr teuer. Und ihr würdet hier Kapitänslevel 16, Legendär 4, glaube ich, gebrauchen, um hier wirklich den besten Vorteil zu bekommen. Das ist natürlich sehr, sehr teuer. Und dann kommen wir natürlich noch zu den Inspirationen. Dort würde ich einmal den neuen Kapitän Vincent Mordorff nehmen, um einfach nochmal die Ladezeit für die Zerstörer zu reduzieren, der euch einfach dabei hilft, mehr zu schießen, dadurch mehr Brände zu machen, einfach noch nerviger zu sein. Und als zweiten Kapitän würde ich nochmal den Rumble nutzen, um einfach nochmal eure Reichweite um bis zu 6% zu erhöhen, was natürlich wirklich stark ist, um wirklich sehr, sehr geile Hop-Batterie-Werte zu erreichen und dort einfach uninteressant zu werden als Ziel für die Gegner. Selber ist man natürlich dann immer offen, nutzt die Hop-Batterie und versucht dort irgendwelche Gegner optimalerweise natürlich Schlachtschiffe abzufackeln, zu nerven und dadurch, dass die Reichweite von einem selber so hoch ist und die Schiffe halt auch durch die Skillung dann so schnell sind, dann ist es natürlich schwierig für die Gegner dort zu treffen und irgendwann, wenn sie dreimal vorbeigeschossen haben, dann werden sie zwangsweise das Ziel wechseln und haben keine Lust mehr auf euch zu schießen. Also das ist auf jeden Fall hier die Idee hinter den, die Skillung, die wir jetzt auf jeden Fall hier genommen haben, was auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Alternative bei den Inspirationen, ihr könnt natürlich auch den William Sims nutzen, um einfach nochmal ein bisschen mehr Trefferpunkte zu bekommen, um einfach länger zu überleben. Oder den Wladimir Trubeskoi, welcher auch nochmal den erlittenen Schaden reduziert an eurem Zerstörer, was natürlich auch nicht verkehrt ist bei so einer Skillung. Und wenn ihr euch entscheidet, na, ihr wollt lieber nicht auf die Hop-Batterie spielen, ich kann nochmal ganz, ganz schnell, ich mach das eben nochmal schnell umskillen, was ich nehmen würde, wenn ich jetzt hier eine, ja, Stealth, also eine Tarnungsskillung nutzen würde, ich würde dann das Ganze so verteilen, wenn ihr wirklich euch entscheidet, auf guten Tarnwert zu gehen, einmal Kontakt steht unmittelbar bevor, Prüfner Blick, denn bestehen oder untergehen, Nebel über dem Wasser, denn ohne aufhaltsam und bei den Inspirationen würde ich dann den Erich Bay oder den Jersey Swesky nehmen. Aber, wie gesagt, wir machen das jetzt nochmal kurz zurück zur Gunboot-Skillung würde ich soweit so skillen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo bei Spitze. Schaut in die Videobeschreibung, dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei, ich würde mich freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein, ciao, ciao.